Heyo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Lucky Block Battle. Heute ist der WM-Pokal dran, Leute. Wir haben ein bisschen gebraucht, der Upcraft und ich, bis wir den zusammengebaut hatten. Wir haben erst 2D probiert und das sah einfach nur aus wie ein übermäßig großer Dill. Ich sag das nicht ganz, das Wort, aber das sind die drei Anfangsbestaben, ne? Weil, äh, ja, ähm, genau, äh, jetzt sieht's aus wie ein WM-Pokal. Also, schon eher, ne? Wir haben es in 3D gebaut, es gibt hier eine große Sphäre oben, den, den Hals und unten die zwei grünen Streifen, ne? Ähm, und das da unten sind die Forest Lucky Block, ansonsten haben wir die Banana Lucky Blocks. Die bieten sich halt richtig gut an für, ähm, die goldene Farbe, sag ich mal. Wir gehen in den Game Mode 0, ich stell mir einen Timer und ihr wisst, Leute, wir haben jetzt gleich 5 Minuten Zeit, um uns auszurüsten. Und zwar jetzt, ne? So, genau, ab jetzt haben wir Zeit, uns auszurüsten. So, und dann geht's natürlich wieder ins Battle. So, und ich will mich jetzt erst darunter arbeiten, weil, ich will logischerweise, äh, ne, es ist eigentlich dumm, meinen Plan zu verraten. So, obwohl, ja, ich weiß es nicht. Ist ja schön, ich krieg immer ein Diablock, ein Emerald Block, ein Gold Block. Ein Plural Block? Nein, Emerald, also. Achso. Was hab ich hier bekommen? Ah, ein Basti-Zack-Kopf. Oh, lol, das ist mein Kopf mega groß. So. Huch, was, was, was ist das? Hardened Clay hab ich hier bekommen. Und das da ist halt gut. So. Ich will nämlich gucken, dass ich da was, äh, Gutes rausbekomme. Und da haben wir, ja, ne Strong Shotgun, uuuh, nice. Wie, du hast gar nichts. Lol. Ich krieg nur Blöcke raus. Du kriegst nur Blöcke raus? Ja. Aus allem? Oh, nice. Okay, mittlerweile. Also, ich weiß ja nicht, was du machst, aber ich hab, äh, extrem gutes Zeug. Und wenn ich jetzt dann noch ein Workbench oder so irgendwas bekomme, dann ist vorbei. Ich hoffe, da wächst noch ein Bauch. Lol, das ist tatsächlich schon ein Dschungelbaum gewachsen. Nice. Nice. Oh, Leute, das ist auch geil. Oh, okay, da haben wir heute mal ausnahmsweise Glück. Da haben wir ausnahmsweise Glück. Schreibt mal bitte. Guck mal, ich rassiere durch. Was, du rassierst durch? Warte mal. Lol. Schreibt mal bitte unbedingt in die Kommentare, ähm, wer, oder was glaubt ihr, wer wird den WM-Pokal in die Luft halten? Am 15. Juli 2018. Wird es Deutschland schaffen ins Achtelfinale, oder? Werden sie kläglich scheitern? Ich bin richtig gehypt. Ich bin auch richtig nervös, muss ich ehrlich gesagt sagen, Leute. Weil gegen Mexiko hat's nicht so gut geklappt. Bei uns hat's gut geklappt. Weil, hier ist das Mexiko-Video verlinkt, Leute. Könnt's euch mal, falls ihr's noch nicht gesehen habt. Ähm, oh nein. Okay, zum Glück hab ich das nicht eingesammelt. So, ähm. Doch, hab ich ein bisschen eingesammelt. Mist. Ähm, mach mal erstmal so. Warte, zack, zack, zack. Und das ziehen wir aus. Und mach mal zack. Okay, gut, damit bin ich zufrieden. Schwert hab ich halt nur das. Es gibt aber, soweit ich weiß, eigentlich noch ein OP-Schwert. So, oha, ist leck gerade. Hast du irgendwas gemacht? Ja, ich merk's. Du hast irgendwas angestellt. Das brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ist hier irgendwas. Falls so viele Items hier rumliegen. Ich hab nur sechs Pfeile. Ah, nee, ich hab mehr Pfeile. Okay, alles gut. Was hast du rumliegen? So viele Items. Wenn du keine mehr brauchst, dann können wir gerne mal länger eins machen. Ich brauch einen. Mir gefällt deine Rüstung nicht. Warte mal, mach mal so. Wow, schlecht. Nö, alles okay bei mir. Alles okay. Ja, ist gerade einfach richtig geleckt. So, wow, da gibt's Schnitzel. Wir haben noch eine Minute 40 Zeit, ungefähr. Das war eine Pickaxe, egal. So. Okay, wuuuuh. Warte mal, bringt das mehr? Ja, das ist halt nur, guck mal. Oh, es bringt halt tatsächlich mehr. Wir behalten diese Rüstung aber trotzdem als Backup, Leute. Ja, wie geil ist das denn? Gucken wir mal noch. Äh, nee, brauchen wir nicht. Leute. Na, das haben wir schon. Haben wir alles schon hier. Ja, also, äh, ich werd mal ganz kurz ein bisschen was los, Leute. Weg, weg. Weg, 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 weg. So. Äh. Ja, ich hab auch noch einen Rucksack. Ja, sowas. Huch. Ja, ist lag gerade echt ein bisschen. Soll ich mal den Geins machen? Wir können gerne ab jetzt lag. Warte, ich mach kurz lag. Eins. Batz. Okay. Oh, schon besser, ne? Ja. Schon viel besser. Die ganzen Items, die da rumlagen. Wir haben noch 40 Sekunden, ungefähr. Ja, gleich fertig. Hast du den ganzen Pokal abgebaut? Oh, warte. Ziemlich. Oh. Nochmal sowas. Also, ich denke, ich hab Chancen. Schwert. Ich denke, ich hab Chancen. Hast du gute Sachen bekommen? Ja. Ich hab hier noch das. Also, ich könnte mir ein Illuminati-Schwert machen. Na, aber dazu bräuchte ich halt erstmal dann noch... Oh, warte. Ich hab noch 20 Sekunden. Ich nehm mir das mal noch mit hier. Einmal irgendwo Schuhe. Ja. Da kam ja auch aus dem Lucky Block raus, ne, Leute? So, so, so. Zack. Zack, zack. So, und zack. So, jetzt bin ich im Craften. Jetzt darf mich auch keiner mehr stören. So, das lösen wir auf. Das lösen wir auf. Das lösen wir auf. So, und es ist fertig. Wir dürfen keine Blöcke mehr öffnen. Ich bin sowieso fertig. Und bist sowieso fertig. Mit der Welt, oder was? Nein, mit den Blöcken. So, und zack, und zack. Warte mal, ich will auf jeden Fall erstmal das hier fertig haben. Also, ich glaube, ich hab gewonnen. So, und so. Das sehen wir dann. Hä? Das sehen wir dann. Ja, ich glaub's halt echt. Ähm, zack. Und das machen wir mal weg. Und dann machen wir mal so, so, so. Also, ich hab mir das alles, äh, fair auf jeden Fall erbaut. Ähm, jetzt will ich nur noch kurz gucken, äh, das hier, Leute. Okay, machen wir hier, zack. Ne, warte, erst dann müssen wir das da machen, so. Und dann war's, glaub ich, so. So, so. Und zack, zack. Jawohl. Okay, nice. Das hatten wir nämlich schon lange nicht mehr. Und jetzt den Rucksack nochmal benutzen hier. Und machen wir einfach mal das da rein, weil das brauchen wir definitiv nicht. Ähm, okay. Okay, und dann würde ich einfach mal sagen, wir machen Slash DM. Was ist? Was ist los? Ich hab doch gerade versucht, was zu machen, aber es ging nicht. Achso. Slash Spawn Point. Uh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, Leute. Und ja, ähm, ich mach nochmal Slash Kill, damit mein Hunger voll ist. Und, das gucken wir mal. Oh, leider. Okay, hat nichts gebracht. Momentar sortieren. Äh, je nachdem jetzt, wie lang die Kämpfe gehen, aber ich glaub, also, ich hab's. Leute, ich hab's geschafft. Also, dadurch, dass ich ja noch was gecraftet hab. Es ist zum Glück ein Baum gewachsen, durch die Blöcke, durch die, äh, Saplinge, die gespawnt sind, ne. Deswegen konnte ich mir eine Workbench machen, dann konnte ich craften. Und ich würd's sagen, drei, zwei, eins. Oh, das ist es, Leute. So. Warte, warte. Bist du noch nicht bereit? Okay. Nein. Nur schade Schokolade, ne? Mist. Oh, Leute. Oh, äh. Was? Wie geil! Alter! Ich... Oh, mein Gott! Das wusste ich gar nicht, dass das geht, Leute. Ich wusste nicht, dass das geht. Moment. Das ist heftig. Das ist echt heftig. So, bist du ready? Moment, ich muss noch hinlaufen. Dann, drei, zwei, eins, go! Ich wusste, wie gesagt, nicht, dass das geht. Aha, da kommt er mit seinem Illuminati-Schwert. Hä? LOL! Bei mir steht, dass ich unsichtbar bin. Komplett! Ja, aber dann Schwert. Nein! Mir wird auch angezeigt, dass du das nicht siehst. Doch, ich sehe dich. Ja, oh, Mann. Deswegen habe ich ja gesagt, ich wusste nicht, dass das geht. Okay. Wunderbar. Das heißt, ich habe einen Win. Und jetzt versuchen wir es mal noch mit dem Schwert hier irgendwas hinzukriegen. Und damit, Leute... Weil wenn es knapp wird, kann ich immer wieder darauf zurückgreifen. So, drei, zwei, eins und go! Wo ist er? Ich bin auch mal dafür, dass wir vielleicht mehrere Deathmatch-Arenen bauen. Hast du nicht mehr Rüstung bekommen? Ja. Habe ich habe dich erwischt. Nö. Du hast dich selber erwischt? Ich habe mich selber mit dem Purschen erwischt. Komm her, du Limmel! Nö, nö, nö. Loll. Hast du dich wieder erwischt? Ja, mit dem Guten. Als ob du keine Rüstung mehr hast! Ich habe Ersatzrüstung bekommen. Ich habe eine, ja, aber die ist im Backpack. Ja, wo bist du hin? Wo bist du hin? Nö, wo? Die Frage. Ich bin extra im Kreis gelaufen, um dir entgegenzulaufen. Ja. Holy mo... Ah, da ist er. Wo? Ja! Trotzdem Potion, Alter. Trotzdem Potion. Slash. Stop wollte ich gerade eingeben. Slash Kill. So, und ich habe gar keine Potion genommen. So, ich habe noch das da, Leute. Ich habe noch das da. Also, ähm... Boah, ich habe mir sogar ein Illuminati-Pad gecraftet, ne? Kann ich das mittlerweile wieder benutzen? Noch 19 Sekunden, dann kann ich es benutzen. Okay, ich bin ready. Drei, zwei, eins, go. Ich habe hier nichts. Yay! Ich hatte das Illuminati-Pad schon übel vergessen. Aber dann ist es mir eingefallen, dass es das noch gibt. Ich will das noch einmal verwenden. Vielleicht kriege ich was Cooles raus. Ich will was Cooles rausbekommen. Und... Komm schon. Jetzt. Jetzt! Was habe ich bekommen? Hä? Ja! Jump Boost 3! Wuhu! Ich bin tot. Lol. Sehr gut. So viel Fallschaden bekommen, ich habe noch ein Herz. Eigen tot fehlt mir. Hä, wo bist du? Ich dachte, du bist tot. Nein, so gut wie. Äh. Ja, dann, wo bist du? Aber ich habe eine Generation, ja. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich habe auch heute drückt. Nein, nicht weg. Lol! Scheiße. Ja! Ah! Oh, mit den Tränken hat er mich erledigt, alles klar. Okay, musst du gleich Kill machen. Jep. Oh, okay. Ich würde jetzt sagen, 3, 2, 1, go. Hast du noch mehr so Tränke? Ja, hoffentlich. Hi. Au. Fuck, Alter. Fuck. Oh, drüber gejumpt. Oh, nice. Diesen Jump Boost, den habe ich von den Dingensblöcken, äh, von dem Illuminati. Ich habe das nicht immer. Hä, Alter, wo bist du? Wow. Ja. Wuh. Einfach, ja, einfach überlegen gewesen. Ich habe aber das Illuminati-Schwert nicht benutzt. Ich hatte das, ähm, Forest Lucky Sword mit 227 Schaden. Ja, gut, ich habe nur die Banana, äh, Blöcke. Hast du, hä, hast du die Forest? Das ist ein Forest-Türk, habe ich eine Forest-Hose bekommen. Oh, ja, das ist bitter, natürlich. Aber es heißt ja nicht umsonst Lucky Blocks, Leute. Wenn euch Lucky Blocks weiterhin gefallen, lasst auf jeden Fall ein Like da. Was ich sagen wollte, es kommen jetzt auf jeden Fall wieder andere Videos. Nicht nur Minecraft, sondern ich will auch wieder andere Games regelmäßig bringen. Deswegen, äh, würde es mich freuen, wenn ihr da auch ab und zu mal vorbeischaut, Leute. Bis dann und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020